Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. Feedback at heute.at eiskalte Luft bringen von Norden neue Schneemassen an die Alpen. In Niederösterreich und der Steiermark kommen auch noch Sturmböen hinzu. Die Lawinengefahr steigt deutlich. Das Wettervideo für Montag 11. Februar 2019 Quelle, Wetter.tv Ein aus I mit einer stürmischen Nordströmung gelangt am Montag luftpolaren Ursprungs in den Alpenraum. Unbeständiges und stürmisches Wetter ist die Folge, im Nordalpenbereich schneit es teilweise ergiebig. Schicken Sie uns Ihre Wetterfotos.Wetterübersicht Österreich, Europa und Weltprognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetterwebcams im Blick. Alle Infos gibt es hier. Der Montag verläuft von Vorarlberg bis ins Mostviertel unbeständig mit einigen Regen- und Schneeschauern, wobei die Schneepfeilgrenze von anfangs 400 bis 600 Meter im Tagesverlauf bis in tiefe Lagen absinkt. Länge anhaltend und teilweise kräftig schneit es in den Nordstaulagen vom Tiroler Unterland bis zum Dachstein. Im Osten und Süden ziehen hingegen nur einzelne Schauer durch, hier scheint auch zeitweise die Sonne, vom Bregenzerwald bis zum Mostviertel kommen bis Dienstagabend oberhalb von 500 Metern verbreitet 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee hinzu, lokal sind bis zu 60 Zentimetern möglich, so Spazierer. In Kombination mit dem stürmischen Nordwind steigt dadurch die Lawinengefahr wieder deutlich an, alle Wetterwarnungen für Montag 11. Februar Wetterwarnungen am 11. Februar 2019 der Nordwestwind weht verbreitet stark bis stürmisch, besonders auf den Bergen, sind auch schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde einzuplanen. In Kombination mit dem Neuschnee steigt die Lawinengefahr besonders im Nordalpenbereich wieder deutlich an. Die Höchstwerte von 0 bis 9 Grad werden oft schon in den Vormittagsstunden erreicht, in 2000 Meter werden maximal minus 8 bis minus 5 Grad gemessen. Am Dienstag verstärkt sich sogar nochmals der Sturm und im Wiener Becken sowie auch in den Nordföhntälern sind dann vereinzelt wieder schwere Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu erwarten, wie auch die animierte Wetterkarte oben zeigt. Mittwoch sorgt dann ein Hochdruckgebiet von Westen her für eine allmählich Wetterberuhigung. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, rett. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen. Punkt.